Okay. Ey Leute, was geht? First Try Action ist hier am Start und jetzt nehmt erstmal euren Foto in die Hand, dann wird alles in Ordnung. Der Daniel hat da vorne einen schönen Parcours aufgebaut und jetzt geht es rund. 360 hier durch, zack. Futsch, gut. Haben jetzt alle gesehen, wie toll ich bin. First Try, zack, ne kleinen Stunt noch hinterher. Dann zeige ich jetzt die Lücke hier noch, wie eng die war. Fahr mal doch schnell ein Stück näher ran. Seht ihr das? Alter, du musst näher ranfahren. Seht ihr, wie eng die Lücke war? Ey, da geht echt noch was. Unglaublich eng diese Lücke. Und da bin ich gerade 360 durch. Geil. Geil habe ich das gemacht.